Bittgebet beim Krähen des Harnes und beim Schrei des Esels Wenn ihr das Krähen der Hähne hört, bittet Allah um seine Gunst, denn sie haben einen Engel gesehen. Und wenn ihr den Schrei des Esels hört, sucht Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan, denn er hat einen Scheitan, einen Satan gesehen.